So, Avi. Die beiden hatten doch mal einen Song zusammen, oder? Es gibt, diese Kombo gibt es aber, glaube ich, schon. Wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nur gerade nicht, wie der Song heißt. Ich gucke gerade, ob der hier vielleicht vorgeschlagen wird, aber ne. Okay. Ja, Fefe. Ah, okay. Ich komme von Malatät. Der Fall ist federleicht. Frei in meinem Mahalé. Da kommt nicht jeder rein. Kraut unter Zero-Set. Bara kommt mit Vito an. Rägen kein Desolet. Pressen weiter Kilogramm. Verschieß den Penalty. Manchmal zu hoch gedacht. Oder wie geil ist denn, also wie geil ist denn diese tief, tief gelegte Stimme von Avi? Hm. Ey, wie geil wechseln die sich gerade hier ab. Was ein Schlagabtausch. Hm. Fefe und Passport. Ich fühle Avi nicht, Bruder. Avi ist krank. Ja. Für mich. Wir machen weiter. Erstmal weiterhören. Avi, meiner Meinung nach, macht einen Sound. Das war bei, bei, bei seiner Solo-Single war das auch so. Bei Rappler Rü, die erste Single von ihm. Bona war das auch so. Wenn ihr mal auf Avi achtet. Er ist nicht Deutschrap aktuell. Er ist sogar Deutschrap voraus. Andere Länder sind schon auf dem Soundbild von Avi, aber Deutschrap ist noch gar nicht da, was Avi macht. So vom Sound her. Das ist kein Song für Radio. Katrin sang bis Pario. Wenn du kommst, mach lieber wie Assandio. Oder renn wie Sadio. Das ist kein Song für Radio. Katrin sang bis Pario. Es kühlt. Ey, entspannt. Entspannt. Zuna und Avi wollten doch auch was rausbringen. Ey, ich glaube, ich habe das gesehen. Ein SOS. Ich glaube, der Song wird auch noch kommen. Ich glaube, der Song wird noch kommen. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht haben die heute nicht released, weil Avi halt diesen Release hatte und Zuna hatte ja auch einen Release. Wurde verschoben. Okay. Okay. Delil aber auch. Muss man Props aussprechen. Kommt auch gut. So. Der eine eher ne... Ich will nicht sagen höhere Stimme, aber der eine hat halt ne sehr tiefe. Der andere dann in Relation zu ihm. Ne höhere Stimme. Ergänzt sich sehr gut. Ergänzt sich sehr gut. Ich muss sagen, äh... Avi... Immer wenn der reinkommt, muss ich leicht stellen. Keine Ahnung. Der wird es, glaube ich, musikalisch auch packen. Weil der so, 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 so... Eigen ist. Einzigartig Eigen ist von seinem Sound her. Boah, Bruder. Dieser Schlagabtausch. Ah, ich sag euch ganz ehrlich. Playlist-Potenzial. Gefällt mir echt gut. Das Letzte, was wir gehört haben auf unserem Glücksrad. Direkt mal so ein geiles Ding. Da mal Körper tritt Metal und du knissnida. Katrin sang. A-B-D. Paketa. Kalide. Den ganzen Tag. Mane es. Bagheera. Was ich seh. Fies debüt. Ganz normal Mentalität. Katrin sang. An A-W-K-B-T. Ha, ha. Wenn du kommst, mach lieber wie Assandio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Das ist kein Song für Radio. Ha, ha. Katrin... Ist gut. Gutes Ding. Ich feier nicht. Ich feier voll, Digga. Ich muss sagen. Ich feier voll. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Schade, dass er bei bei Rap-La-Rue raus ist, ne? Wäre echt, echt, echt cool geworden. Ich glaube, Rap-La-Rue technisch auch Top 5, würde ich sagen. Safe. Schade, dass er bei Rap-La-Rue rausgegangen ist. Er hätte Safe gewinnen können. Ich glaube, ich habe es nicht so ganz im Kopf, aber er war auch schon so ein Favorit dort, oder? Er war schon so ein Favorit. Ja, doch. Bestimmt. Bestimmt. So. Die eine Stelle hier im zweiten Part, ne? Mit dem Schlagabtausch war cool. Ey, ich muss es kurz sagen, weil ich es hier gerade sehe. Hayat Wasser. Ist es nicht. Äh. Das ist die 1. Halten wir das kurz fest. Saskia ist die 1. Hayat ist es nicht so. Ne. Ich habe, glaube ich, jedes Wasser ausprobiert, ne? Jedes Wasser. Wasser-Experte, der hier vor euch sitzt. Cool. Hayat Best. Nein, Mann. Ne. Ich muss noch mal kurz hier rein. Ich will noch mal ganz kurz hier rein. Gut. Haben die gut gemacht. Haben die echt gut gemacht. Doch. Ja, ist Geschmackssache halt, ne? Immerhin sagst du, Bro, sagst du nicht, Wasser schmeckt überall gleich. Weil Leute sagen, Leute, die sagen, Wasser schmeckt überall gleich, die werden gecancelt, Bruder, die werden gecancelt. Bruder, die werden gecancelt. Ich wollte eigentlich in den Part. Wie findet ihr die Hook? Wie findet ihr dieses Ha-Ha-Ha-Ha? Entweder du feierst es, oder du feierst es nicht. Ich glaube, so ein Zwischending gibt es da gar nicht. Ich glaube, so ein Zwischending gibt es da gar nicht. Gut. Gutes Ding geworden. Gutes Ding. Vor allem, was ich an dem Song hier auch noch mal sagen möchte, was ich auch noch mal gut fand, war der Schlagabtausch zwischen Arvi und Delil war gut. Delil hat mir gut gefallen, aber Arvi ist halt noch mal besonders, muss man sagen. Muss man halt noch mal sagen. Aber Delil macht das auch gut. Das war's mit der Reaction. Passt auf euch auf. Kommt gerne vorbei auf Twitch. Haut rein und ciao.